Mein kleiner Voron Zero aka Harley Quinn wird langsam fertig. Ich habe auch sogar schon den ersten Testdruck mit euch zusammen im letzten Stream gedruckt und ich muss sagen, das Testergebnis ist schon mal recht gut. Für den ersten Druck finde ich das akzeptabel und heute möchte ich mit euch mir mal anschauen, wie man dann entsprechend das Display anschließt. Und das ist nicht so ganz einfach, dass man sagt, okay, man klimmt wie bei jedem anderen Drucker zwei Kabel an. Nein, hier ist natürlich ein STM-Prozessor drauf, das heißt, man muss das Ganze wie eine MCU flashen. Und das schauen wir uns heute mal an. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Meggie von Mekoramade. Ihr braucht keine Angst zu haben, es hört sich erstmal ganz wild an, aber es ist eigentlich recht einfach. Denn im Prinzip macht ihr das gleiche hier mit, wie mit einem ganz normalen Board, was ihr angeschlossen habt, also wie mit eurem SKR Pico. Übrigens, Links zu beiden Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die habe ich beide jetzt dann entsprechend in dem Drucker später verbaut. Und ihr braucht erstmal ein USB-Kabel, das ihr euch entsprechend zurechtkrimmt. Beziehungsweise, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt nicht so eine fancy Schürze hier unten drum, so eine Stealth-Skirt-Schürze, dann könnt ihr natürlich auch hingehen und könnt sagen, ich führe hier an der Seite, da ist der Micro-USB-Anschluss, dann könnt ihr natürlich auch ein Micro-USB-Kabel da durchführen. Ist auch gar kein Thema, könnt ihr natürlich auch machen. Dann spart ihr euch die Krimperei. Flashen müsst ihr das Ganze aber trotzdem. Als erstes, bevor ihr anfangt, entsprechend hier am Board irgendwas rumzumachen, gehen wir mal durch, was ihr alles braucht. Ihr braucht erstmal ein USB-Kabel, das ist natürlich klar, weil ihr müsst das natürlich entsprechend irgendwie verbinden mit dem Board oder ihr müsst das natürlich auch krimpen können. Und dann braucht ihr, das glaube ich mir jetzt einfach mal hier von dem Pico, ein paar Jumper. Die Jumper brauchen wir gleich nochmal, wenn wir anfangen, das Board zu flashen. Das ist also halb so wild. Wir müssen einfach nur ein paar Jumper setzen, dass das Board weiß, dass es quasi jetzt geflasht wird. Und das ist dann auch schon alles. Als nächstes braucht ihr natürlich irgendeine Art von Halterung. Den Link zu dem Gehäuse hier packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Der ist natürlich auch im Voron Zero Repository mittlerweile drin, beim 02er glaube ich sogar. Ansonsten findet ihr auch alle möglichen Variationen, wo ihr das Teil halt hier vorne noch irgendwo befestigen könnt und, und, und. Und das hier packe ich euch nochmal einen Link unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung ein. Dann braucht ihr natürlich erst einmal euren Computer, denn ihr müsst das Ganze natürlich flashen. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe gesagt, okay, ich möchte das Ganze natürlich auch ordentlich krimpen, weil ich hier an der Seite keinen Platz habe, um das Micro-USB-Kabel langzuführen. Deswegen möchte ich das hier hinten anschließen. Und da habe ich mir erst einmal angeguckt, wie ist dann erstens die Belegung von einem USB-Kabel. Und da gibt es dann einfach die Farbbelegung Rot-Weiß-Grün-Schwarz, also Rot für plus 5 Volt, Weiß und Grün für die Daten und dann nochmal Schwarz für die Masse, beziehungsweise für Ground. Und wenn man sich jetzt das Board genauer anschaut, beziehungsweise das Display genauer anschaut, dann sieht man, dass hier unten quasi der 5 Volt Anschluss ist. Hier oben ist die Masse und dann ist da natürlich das weiße Data-Minus und dann einmal das Data-Plus-Signal entsprechend. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch unser Kabel krimpen. Das habe ich jetzt hier schon getan. Und bevor wir jetzt hingehen und das Ganze montieren, setze ich jetzt hier noch einmal einen Jumper, damit ich mir die Arbeit nachher entsprechend ein bisschen erleichtern kann. Und zwar kommt der hier oben, gibt es einen kleinen Boot-Jumper. Da stecken wir einfach den Jumper drauf. Den brauchen wir gleich, wenn dann schon richtig. Und dann können wir das Ganze jetzt montieren, können das anschließen und können dann den Drucker einmal starten und uns per SSH auf den Raspberry Pi connecten. Haben wir das gemacht, müssen wir nochmal hier das Display quasi mit Reset in den Boot-Modus bringen, in den DFU-Modus bringen. Und dann können wir, wenn wir uns per SSH auf den Raspberry Pi connected haben, über das DFU-Util eine Liste ausgeben. Also DFU-Util-List. Da bekommen wir dann entsprechend eine Liste von allen Geräten, die angeschlossen sind über USB, die sich momentan im DFU-Modus befinden. Und da das momentan unser einziges Gerät ist, sehen wir auch nur das 1.1 Gerät hier als DFU-Modus. Und da müssen wir, ganz wichtig, das müssen wir jetzt wirklich notieren, und zwar diese Geräte-ID. Die steht in diesen eckigen Klammern drin. Die müssen wir uns notieren. Wir sehen zwar hier zwei Einträge jetzt bei mir, aber beide Einträge sind im Prinzip das gleiche Gerät. Von daher spielt das erstmal keine Rolle. Wir müssen uns aber diese ID notieren, denn die benötigen wir natürlich später nochmal. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir natürlich erstmal in das Clipper-Verzeichnis und dort starten wir dann die MakeMenuConfig, also das Konfigurationstool, mit dem wir auch unser Board erstmal konfiguriert haben, die Firmenbuffer unser Board konfiguriert haben. Und da müssen wir ein paar Einstellungen vornehmen. Zuerst einmal gehen wir auf die Low-Level-Einstellung und dort müssen wir natürlich dann auch einen Prozessor auswählen. Das ist ein STM32-Prozessor, habe ich eben gesagt, das ist genauer gesagt, ich muss gerade hier ablesen, ein STM32-F042-F6-P6. Das hört sich jetzt erstmal viel an, ist aber eigentlich relativ unspektakulär. Wir sehen jetzt hier in der Auswahl, dass es ein STM32-F042 ist. Den wählen wir aus. Das ist vollkommen passend. Das F6-P6 hinten ist da quasi mit unten drunter. Das heißt also, da brauchen wir keine Angst zu haben. Das speichern wir erstmal. Und dann müssen wir natürlich nochmal erstmal keinen Bootloader installieren, weil den brauchen wir hier auf dem Teil nicht. Und wir wählen erstmal als Uhr die interne Uhr aus, also Internal Clock. Und dann können wir nochmal ein bisschen Platz sparen, quasi bei diesem Image, was wir da drauf schreiben. Und da gehen wir einmal in die optionalen Features rein und deaktivieren hier den Support für die Support-Software based on I2C, also I2C, und deaktivieren das. Dadurch sparen wir uns nochmal ein paar Kilobyte, die wir dann entsprechend hier nicht drauf flashen müssen. Und damit sind wir fertig. Und dann können wir anschließend dann auch mit MakeClean natürlich die Software entsprechend nochmal generieren. Und diese Software müssen wir jetzt auf das Gerät flashen. Und genau da kommt jetzt die ID ins Spiel, die wir uns eben notiert haben. Und da gehen wir einfach hin und sagen jetzt den Befehl MakeFlash und dann Flash-Device gleich und da kommt dann die ID rein. Und wenn wir das ausgeführt haben, dauert es ein bisschen und dann sagt er anschließend Download Finished und ist entsprechend alles erfolgreich. Das ist genau das, was wir sehen wollten. Und damit haben wir quasi unser Gerät soweit geflasht. Aber damit ist noch nicht genug, denn wir müssen das Ganze natürlich jetzt auch nochmal in der Konfiguration vom Drucker, in der Printer-Config eigentlich, aber wir legen uns hier nochmal eine separate Konfiguration an. Ich packe euch auch mal die Konfiguration unten in die Videobeschreibung. Die müssen wir natürlich nochmal entsprechend aufbauen. Das bedeutet, wir brauchen eine neue Konfigurationsdatei. Ich habe die jetzt hier, Voron-Zero-Display entsprechend benannt. Und dort packen wir erst einmal den Menüpunkt MCU-Display rein. Und für das MCU-Display brauchen wir natürlich auch eine USB-Serial. Die haben wir uns eben auch entsprechend können auslesen, Gott sei Dank. Dann gehen wir nochmal in das SSH-Terminal rein und dort können wir mit Serial by ID entsprechend, den Befehl blende ich euch auch hier unten ein, den packe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Und dann können wir dort entsprechend natürlich die ID, genau wie bei einem MCU, bei einem ganz normalen Board, was wir flashen, einfach aus dem Board auslesen. Das ist einfach über USB verbunden. Und da müssen wir darauf achten, ich habe jetzt hier den Pico installiert, über einen Raspberry Pi. Das heißt, das ist ein RP200-Board entsprechend. Das heißt, das Board dürfen wir nicht nehmen, sondern wir müssen das STM32-Board nehmen. Und das ist dann unser Display. Und wenn wir das dann auswählen, dann sehen wir dort entsprechend, diese ID brauchen wir, die müssen wir auch in die Konfiguration eintragen. Die restliche Konfiguration, wie gesagt, packe ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Das ist eine Beispielkonfiguration, die ich auch online gefunden habe. Und wenn wir die einfügen und dann die Konfigurationsdatei nochmal in unserer Printer-Config einfügen, also einbetten über Include, dann funktioniert das Ganze auch beim Neustart. In der Konfiguration könnt ihr natürlich auch die Farbe von dem NeoPixel anpassen. Das ist euch dann persönlich überlassen, welche Farbe ihr dort gerne mögt. Ich habe bei mir hier, wie ihr sehen könnt, das Display läuft inzwischen wieder, den NeoPixel auf Cyan eingestellt, also auf Babyblau, sowie Teile vom Drucker. Und ihr müsst natürlich auch darauf achten, dass ihr dann, bevor ihr den Drucker startet, den Boot-Jumper wieder runternehmt, weil ansonsten kann das Board nicht starten. Dann erkennt ihr nämlich entsprechend nicht, dass das Display da ist und dann funktioniert der ganze Drucker nicht. Den Fehler habe ich gerade gemacht. Von daher entfernt den Jumper, bevor ihr den Drucker wieder hochfahrt. Und dann seht ihr auch schon, dass das Ganze wunderbar läuft. Ihr könnt das Ganze konfigurieren, wie ihr lustig seid. Und in diesem Sinne hat euch das Ganze hoffentlich ein bisschen weitergebracht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert doch bitte den Kanal und redet der Makorama-Family bei. Vielen, vielen lieben Dank auch an meine Patrionen, die mich zahlreich unterstützen. Und in diesem Sinne, HODL THE LINE, Happy Printing und Ciao. Ja. Ja.